Das neue Steinzeit-Adventure, das Geheimnis der vergessenen Höhle, erzählt die Geschichte des jungen Arok und spielt etwa 15.000 vor Christus. Als Arok eines Tages einen Hirsch jagt, wird er von einem Löwen attackiert und muss in eine Höhle flüchten, um nicht selber als Beute zu enden. Dort schlüpft dann zum ersten Mal der Spieler selber in die Rolle des Chromagma-Menschen, der nun die lauernde Raubkatze in die Flucht schlagen muss. Im Spiel klickt man sich in klassischer Ego-Perspektive von Rundumsicht zu Rundumsicht auf der Suche nach seinem Freund und Mentor Clem, einem Experten in Sachen Höhlenmalerei. Die hochauflösenden Hintergründe sind dabei sehr detailliert gerendert und teilweise animiert. Während man Höhlen und Waldgebiete bereist, gibt es auch eine Reihe Rätsel zu lösen. Neben den gewöhnlichen Inventarrätseln müssen dabei häufig Werkzeuge und Waffen gebaut werden, und zwar mit den Materialien, die einem Steinzeitmenschen zur Verfügung stehen würden. An dieser Stelle muss zum Beispiel ein Speer hergestellt werden, mit dem man kurz darauf einen Fisch fangen kann. Essenszeit! Endlich! Diese Malerei kann mir sicher helfen! Eine Besonderheit im Spiel sind die Höhlenmalereien, die auch einige Rätsel bergen. Um an dieser Stelle weiterzukommen, muss zunächst ein Bär beseitigt werden. Den Stalaktiten direkt mit einem Stein zu bewerfen, scheint dabei keine erfolgreiche Strategie zu sein. Besser ist es, den Bären zunächst abzulenken, in die Höhle zu locken und dann einen Steinrotsch zu verursachen. Eine weitere Besonderheit ist die eingebaute Enzyklopädie. Hier können nach und nach immer mehr Themen abgerufen werden, die manchmal mehr, manchmal weniger mit dem Spiel zusammenhängen. Sehr enttäuschend ist die Qualität der Sprachausgabe. Die wenigen Dialoge, die das Geheimnis der Vergessenen Höhle zu bieten hat, wurden erschreckend schlecht vertort. Zu dieser Jahreszeit sind sicherlich nicht viele Menschen dort. Die meisten Clans sind bei der großen Versammlung. Sehr schön dagegen sind die Zwischensequenzen, die hervorragend gerendert sind und mit atmosphärischer Musikuntermalung sowie realistischer Geräuschkulisse auftrumpfen. Dann mal los! Wem solche Eigenschaften wichtiger sind als eine lange Spieldauer und gute Dialoge, der könnte Gefallen an dem neuen Ego-Adventure von Kheops Studio finden. Einen ausführlichen Testbericht gibt es wie immer auf adventurtreff.de Einen ausführlichen Testbericht Vielen Dank.